Hallo ihr Lieben, das ist ein Video, nur weil ich es jetzt gerade bei dir im Radio gehört habe, ein so weit verbreiteter Irrtum, der ständig wiederholt wird. In dem Fall, im Radiobericht ging es um irgendeinen Islamisten-Treffen und dann gibt es die Aussage, aber hier geht es hier nicht um Islamismus, es geht um was viel Allgemeineres. Es gibt die Aussage, wenn ich mich mit Menschen mit radikalen Personen treffe, als eher selber liberal eingestellter Mensch, dann ist das gelebte Demokratie und dazu ist zu sagen, nein ist es nicht, das ist nicht Demokratie, so funktioniert Demokratie nicht. Demokratie funktioniert nicht, dass sich einzelne Menschen aus privatem Antrieb treffen. Das ist wahnsinnig wichtig, dass wir das verstehen, dass das nicht Demokratie ist. Das funktioniert auch nicht, Demokratie funktioniert. Was ist Demokratie? Demokratie ist, wenn die Gesellschaft sich trifft und das ist, Entschuldigung, was ganz anderes, als wenn Einzelne sich treffen. Und diese Differenz zwischen die Allgemeinheit trifft sich und die Besonderen treffen sich, wird nicht verstanden in der Moderne. Es ist so schrecklich, dabei haben wir doch Hegel. Hegel könnte uns so helfen, das zu verstehen, was da die Differenz ist, aber es will unsere Gesellschaft nicht wahrhaben. Also wir haben immer wieder Einzelne, die glauben, dass sie aus einzelnem Antrieb, als Einzelne eben genau das leisten könnten, die Gesellschaft zusammenhalten. Der Kitt der Gesellschaft sein, indem sie sich mit Andersdenkenden treffen und mit denen Gespräche haben. Ich sage nicht, dass das wertlos ist. Das kann bereichernd sein für einen selber. Das kann die eigene Perspektive erweitern. Vielleicht bewegt sich auch mal was. Ich meine, auch ich selber bringe ja solche Beispiele, siehe letztes Video, dass es das gibt. Nur, die Versöhnung der Gesellschaft, die systematische Versöhnung läuft nicht so und wird auch nicht so funktionieren. Sie sehen es auch an den Mechanismen, die sich dann darauf setzen. Also wenn du ein Einzelner bist, der sich jetzt mit anderen Leuten trifft, die andersdenkend sind und sei es extrem radikale Positionen vertreten, dann wird das beobachtet und kommentiert. Und diese Dynamik führt nicht dazu, dass die Gesellschaft sich versöhnt oder zusammenwächst oder in irgendeiner positiven Richtung verändert. Und deswegen, das hat mit Demokratie nichts zu tun. Demokratie funktioniert nicht so. Demokratie geht so nicht. Und eben, wir leben, also anders kann ich es kaum sagen, ein demokratisches Missverständnis. Das ist ein Missverständnis von Demokratie. Wir haben also letztlich das Grundprinzip der Demokratie in der Moderne einfach nicht verstanden. Sorry, das ist wirklich ein technisches Unverständnis. Und deswegen kann man da auch sagen, richtig, falsch, weil es eine technische Frage ist. Im technischen Bereich gibt es richtig und falsch. Siehe mein beliebtes Marmeladenglas-Deckel-Beispiel. Wie rum du das drehst, da gibt es ein richtig und falsch. Und bei Demokratie gibt es auch ein richtig und falsch. Wir machen es falsch. Richtig wäre zu losen und den gelosten Gremien Macht zu geben. Das ist Demokratie. Das Losverfahren ist Demokratie. Das, was wir machen, einzelne Leute treffen sich und dann irgendwie aus gutem Willen, das ermüdet, wenn es blöd läuft, dann heizt es die Konfliktdynamik sogar an. Auf jeden Fall trägt es nicht zur Befriedung der Gesellschaft bei, obwohl natürlich die Absicht gut ist. Ich erkenne schon, dass die Absicht gut ist. Und ich erkenne auch an, dass das ein hoch ehrenwertes, heroisches Tun ist. Und es ist nur dysfunktional. Die Absicht ist gut, die Wirkung nicht. Es funktioniert nicht. Demokratie, wie gesagt, funktioniert. Aber Demokratie ist eben nicht das Gespräch weniger mit wenigen oder das Gespräch bestimmter mit bestimmten, sondern Demokratie ist das Gespräch aller mit allen. Und dieses Gespräch aller mit allen lässt sich überhaupt nur herstellen und lässt sich überhaupt nur institutionalisieren über das demokratische Losverfahren, über geloste Versammlungen. Anders nicht. Und deswegen ist Losverfahren Demokratie und Demokratie ist Losverfahren und, Entschuldigung, nichts sonst. Und das hat unsere Gesellschaft, das hat die moderne Gesellschaft generell einfach nicht kapiert. Und deswegen muss man es leider immer und immer wieder sagen, wie gesagt, jetzt gerade zum Radio gegangen, Radiobericht gehört und dann eben ein liberaler Imam sagt, ja, ich treffe mich eben, weil er dafür natürlich kritisiert wird, ich treffe mich mit radikalen Salafisten und so, weil das ist gelebte Demokratie. Und dazu ist zu sagen, nein, das ist nicht gelebte Demokratie, verdammt nochmal. Und das ist es nicht nur im Bereich Islamismus nicht, das ist es in allen anderen Bereichen auch nicht. Ja, so funktioniert Demokratie halt nicht. Und das ist leider ein so weit verbreitetes Missverständnis, dass man wahrscheinlich noch jahrhundertelang Videos machen könnte und noch viele zehntausend Videos mehr machen könnte. Ja, und es würde dieses Missverständnis trotzdem nicht beseitigen. Ja, also so tief sitzt dieses Vorurteil oder dieses Missverständnis von Demokratie, auf dem die Moderne sitzt. Deswegen haben wir ja auch so große Probleme. Deswegen kommen wir auch nicht so groß klar. Ja, ich verweise hier immer wieder auf eine Äußerung, das kommt nicht von mir, ich zitiere es nur. Ich glaube, das ist der furchtbare, wie heißt dieser, konservative Kolumnist. Mir fällt jetzt nur der Liedtitel von Wegen Lisbeth ein, ja, Voldemort und so weiter. Fällt mir jetzt gerade nicht ein, der Typ, muss ich selber nachschauen. Also, der dann den Begriff der Kontaktschuld prägt. Und da trifft er einen Punkt. Ja, also wir sind dann sehr schnell unterwegs im Modus der Kontaktschuld. Kontaktschuld heißt, wenn du dich mit merkwürdigen Gestalten persönlich triffst, bist du selber verdächtig. Zu sagen, du zehrst von deinem sozialen Renommee, von deinem sozialen Ansehen, das verbraucht sich aber wahnsinnig schnell, wenn du zu viele Gespräche führst mit Leuten, die so, aus privatem Antrieb, die fragwürdige Ansichten vertreten oder gefährliche oder menschenfeindliche Ansichten vertreten. Ja, das verbraucht sich. Und deswegen funktioniert es auch so nicht. Also, dein Renommee kann gar nicht so groß sein, dass es nicht erodieren würde im Zuge des von dir angestrebten Versöhnungsprozesses, weil du als einzelner kleiner Mensch Demokratie machen willst. Nee, nicht ich als einzelner kleiner Mensch kann Demokratie machen. Demokratie können wir nur alle gemeinsam machen. Damit es Demokratie ist, müssen alle mitmachen, aktiv und sich unterhalten miteinander. Nicht über dich. Du bist nicht die Brücke, über die die Demokratie läuft. Ja, nicht Einzelne machen Demokratie. Genauso wenig wie Politik. Nicht Einzelne machen Politik. Wenn es Politik ist, machen es alle. Wenn es Demokratie ist, machen es alle miteinander. So komisch das klingt. Ja, wir reden halt. Ja, so, sonst nichts. So, und das, also, kurz, lange Rede, kurzer Sinn. Demokratie ist das Gespräch aller mit allen. Was wir kennen, sind nur Privatgespräche. Alles andere ist privat. Das Gespräch bestimmter mit Bestimmten ist privat und deswegen können nicht Einzelne, die eben bestimmte sind, diesen Prozess machen aus eigenem Antrieb. Soher ihre Absichten auch sein mögen, wie ehrenwert, so funktioniert es nicht. Also, vielleicht nochmal so, mein Argument ist technischer Natur. Ja, mein Argument ist am Ende, es funktioniert nicht. Ja, und Demokratie, wie gesagt, funktioniert. Es ist eine überlegene Kulturtechnik, wenn man so will. Ja, Demokratie ist eine überlegene Kulturtechnik, die überlegen es gegenüber allem, was wir in der Moderne bislang machen. Ja, und das ist eben so ein bisschen das schwer zu Verstehende oder was nicht so richtig im Kopf will, dass ganz fragwürdige Menschen, wiederum sehr fragwürdige Menschen, nämlich die ollen Griechen, vor 2500 Jahren eine Kulturtechnik erfunden haben, die besser ist als alles, was wir heute tun. Ja, das wollen wir nicht in unserem Kopf. So ist unser Fortschrittsdenken nicht. Wir denken so, alles, was lange in der Vergangenheit ist, ist schlechter, als was wir machen. Nein, leider stimmt das nicht. Manchmal geht auch gutes Wissen, gehen auch gute Techniken verloren im Geschichtsprozess. Das gibt es halt auch, ja. Fortschritt ist nicht so linear, wie wir ihn uns vorstellen. Ja, ohne Brüche, ohne Vergessen. Manchmal gibt es wichtige Erkenntnisse, die verloren gehen. Demokratie ist eine so wichtige Erkenntnis, die verloren gegangen ist. Wir haben vergessen, wie Demokratie geht. Also wir, wenn wir sagen die Menschheit, ja. Und ja, stattdessen haben wir einen völlig kruden Demokratiebegriff ausgebildet, eine Moderne, der halt nicht funktioniert. Der funktioniert nicht. Deswegen funktioniert unsere Gesellschaft nicht. Deswegen haben wir solche Konflikte und kriegen sie auch nicht gelöst. Und dann gehen Einzelne hin und sagen, ich lebe Demokratie, ich unterhalte mich mit Andersdenkenden. Ja, kannst du gerne machen, es löst nur keine Probleme. Für dich ist es vielleicht bereichernd, der Einzelne wird vielleicht bewegt, aber Versöhnung der Gesellschaft, sozusagen die Gesamtdynamik in die richtige Richtung zu bringen, das kriegst du so nicht, ja. Ja, also den Parteikampf letztlich, den Lagerkampf zwischen den verschiedenen Lagern, kriegst du so nicht befriedet. Und das ist empirisch so, ja. Das ist also nachweislich so. Und ich kann nur sagen, also auch wieder als Argument, diesen Weg als einzelner, irgendwie sozusagen Versöhnung an der, Versöhnung der Gesellschaft zu haben, haben wir jetzt schon so viele ausprobiert über die Jahrhunderte und Jahrtausende. Das haben wir schon so viel gemacht, dass es aus meiner Sicht wirklich geschichtsvergessen ist und hybris ist, es so weiterzumachen. Das ist nämlich wirklich historisch arrogant. Arrogant insofern, als man sagen kann, so viele haben es vor dir versucht, so viele sind vor dir schon mit dieser Art, es zu tun, gescheitert. Und jetzt kommst du, kleiner Mensch, heute und sagst, ich mache das heute auch. Ja, und bei mir klappt es aber als allerersten. Das ist arrogant gegenüber all deinen Vorgängern, die es auch schon so versucht haben, wo es auch schon nicht geklappt hat. Ja, so. Also, was ist an dir so besonders, dass es bei dir jetzt plötzlich klappen soll, wenn es bei Hunderten und Tausenden Menschen, die in der Geschichte gelebt haben, wenn es auch so probiert haben, es nicht geklappt hat, erkennbar nicht geklappt hat. Die Gewalt ist nicht weniger geworden. Die Wir-gegen-Wir-Dynamik, die Gruppe-gegen-Gruppe-Dynamik ist nicht weniger geworden. Die Kriege sind nicht weniger geworden. Die menschliche Gewalttätigkeit ist nicht weniger geworden. Über diese Art, es zu machen. Und irgendwann muss man dann also einen Strich drunter machen, und sagen, ja, offensichtlich ist die Methode dysfunktional, als Einzelner hinzugehen und sich mit Andersdenkenden zu unterhalten und zu glauben, dass so die Gesellschaft zusammenwächst. Es funktioniert so nicht. Was funktioniert es, wenn wir in der Politik, wenn wir dort, wo die Macht liegt, losen? Wenn wir tatsächlich die Macht zwischen uns zufällig verteilen? Denn der Zufall der Politik ist die einzige Art, den Zufall der Geburt auszugleichen. Der Zufall der Geburt bestimmt unser Leben. Wo wir hingeboren werden, in was für Familien wir geboren sind, in was für soziale Kontexte wir reingeboren werden und mit welchen zufälligen Eigenschaften wir geboren sind. Das bestimmt unser Leben. Und gegen diese Zufälle der Geburt hilft nur der Zufall der Politik, das heißt das demokratische Losverfahren. Nur das kann das ausgleichen. Also sozusagen, nur der Zufall kann den Zufall besiegen, aber das will die moderne Welt bislang noch nicht wahrhaben. Und deswegen gibt es immer wieder Einzelne, die sagen, ich mache jetzt hier Demokratie. Ja, das ist gelebte Demokratie, was ich mache. Und da kann ich nur sagen, nein, ist es nicht. Das ist ein Missverständnis, verdammt nochmal. Ja, also wie gesagt, ich erkenne an, die Absichten sind gut. Es funktioniert halt nur nicht. Und irgendwann, finde ich, wird es albern, die immer gleichen Fehler immer wieder zu wiederholen und immer wieder zu machen und nicht dazu zu lernen. Wir sollten lernen, dass Demokratie anders geht. Ja, und das müssen wir halt losen in der Politik. Etwas, wogegen sich die Moderne bislang noch sträubt. Also wir machen ja kleine Experimente schon. Ich meine, wir hatten jetzt in Deutschland zwei offiziell vom Bundestag beauftragte geloste Bürgerräte. Wir hatten einen großen, aus wieder privater Initiative organisierten gelosten Klimarat. Ja, geloste Bürger, die über die Klimafrage beraten haben. Wir haben kleine Experimente. Und auch in anderen Ländern gibt es diese Experimente. Aber was wir halt noch nicht haben, ist demokratieverfassungsmäßig. Das heißt, dass geloste Versammlungen als zentraler, wenn nicht entscheidender Bestandteil des politischen Geschehens gesehen werden und dass die zentralen Machtprozesse in die Hände geloster Versammlungen gegeben werden. Das haben wir noch nicht. Das bräuchten wir aber. Das wäre Demokratie. Ceterum censio. Isonomiam esse sortiendam. Im Übrigen erkenne ich die Tatsache an, dass die Isonomie, die Politi, die Demokratie gelost werden muss. Wir sehen uns vor dem Schnellen.